so da noch mal was aus der server ecke und zwar geht es um bios updates oder allgemein firmware updates von servern ja ihr habt ja eventuell gesehen ich habe im moment hier diesen ibm 3650 m2 im einsatz und ja die ibm serversparte wurde inzwischen übernommen von lenovo deswegen bin ich hier bei lenovo und was wir brauchen für die firmware updates ist der bootable media creator oder kurz bummk gibt es auch von ibm für ältere systeme aber meins ist schon bei lenovo deswegen gucken wir da gibt verschiedene versionen zum beispiel für windows oder für suse oder noch mal für suse klasse die suse version läuft zum glück relativ gut auf anderen system gucken was ist so alles supportet lenovo systems ibm systems meins ist noch ibm branded 3650 m2 die 7947 das ist meiner wenn man den runter lädt da gibt es dann hier diese 42 megabyte 46 47 megabyte bootable media creator bin das ist lediglich ein wizard der euch beim downloaden hilft leider wo er aufpassen müsst der muss leider als root gestartet werden also das ganze funktioniert nicht wenn er es als normaler user macht hat auch so einen wunderbaren namen wie hieß das ding l n v j da l n v g y t l b l b o m c whatever ich starte den mal gerade hier im container dann kann er mir nicht das system kaputt machen dauert einen kurzen moment da kommt was kennt geld version passt schon und so sieht dieser wizard hier aus ihr gebt erstmal einen Namen an. Das ist einfach nur für euch, dass ihr wisst, was ihr da gerade macht. Gibt noch irgendwie weitere Optionen? Brauchen wir nicht. Mal auf Next. Media Purpose. Wir wollen Updates machen. Wir können auch sagen, wir wollen die Diagnostik noch mit drauf machen. Wenn ihr irgendwie vermutet, dass euer Server ein Problem habt, kann man das anhaken. Dann kann man von der CD auch direkt eine Hardware Diagnose machen. Wobei das normal nicht nötig ist, weil die Server haben im ROM die Hardware Diagnose drin. Die wird auch hier mit den Updates mit aktualisiert. Können noch auswählen, ob alles automatisch durchgeführt werden soll oder ob er das per Hand macht. Und ob ihr die GUI haben wollt oder die textbasierte. Ich lasse es jetzt mal mit GUI. Können die Kollegen das auch benutzen. Einmal noch weiter. Acquire Location. Also wo soll die Updates herholen? Üblicherweise wollt ihr das von der Webseite runterladen. Wenn ihr einen lokalen Server habt, dann könnt ihr auch ein lokales Directory angeben, aber macht meistens keinen großen Sinn. Außerdem, ob ihr die Express Service Packs oder die Latest Updates haben wollt. Die hier gehen schneller. Die hier sind neuer. Ich will ganz neu. Also die. Wenn ihr ein Proxy habt, könnt ihr den auch noch eintragen. Hab ich nicht. Und jetzt geht es an die Target Systems. Hier müsst ihr genau den Maschinentyp eintragen, den ihr habt. Die findet ihr auf dem Typenschild von eurem Server. Und ich hatte gesagt, ich habe die 3650. Die hier. 3650 M2 mit der 79 am Anfang. Jo. Pascht. Einmal noch weiter. Ein Target Directory müsst ihr angeben, wo die ganzen Dinger zwischen gespeichert werden. Format. Könnt ihr auswählen. Wollt ihr CD, DVD, USB oder PXE. Ich lasse es jetzt mal auf CD, DVD, dann kommt am Ende hier hinten eine ISO-Datei raus. Das ist ganz praktisch für mich, weil ich habe ja diesen IMM, wo ich virtuell ISO-Dateien mounten kann. Unattended Mode. Brauchen wir alles nicht. Confirm Choices. Next. Und dann würde er jetzt mit dem Download-Druck anfangen. Ich habe das Ganze schon mal runtergeladen. Hab das für diverse Systeme gemacht. Deswegen, ja, wie ihr hier seht, einmal aufs IMM draufgegangen. Dann eingeloggt. Hat jetzt immer noch einen Fehler, weil ich dummerweise die BIOS-Batterie abgerissen habe. Die muss ich dann gleich nach dem Update auch mir nochmal vornehmen, ob ich die irgendwie wieder dran gelötet bekomme. Naja, was wir brauchen, ist natürlich Remote Control. Über den Java Client. Verschlüsselung. Es ist ein direktes Kabel. Und dann machen wir hier Start in Single User Mode. Dann blockiert er mir doch hier glatt ein Popup. Das bräuchten wir schon. Theoretisch müsste jetzt eine Java-Datei zum Download angeboten werden. Ups. JNLP. Ja, das klingt gut. Dann starten wir die mal gerade mit Java. Java VS. JNLP. Oh, hier ist ein Ice-T drauf. IBM. Anwendung ist bla 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 bla. Wollen sie, wollen sie, wollen sie. Ja, 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 ja. Connecting. Und da hat er auf einem anderen Server das aufgemacht auf dem anderen Monitor. Und jo, das sieht gut aus. Ich bin auf meinem Server. So, was ich jetzt hier machen kann. Tools. Oh Gott. Irgendwie bin ich neuere Versionen gewohnt. Launch Virtual Media. Klingt gut. Initializing. Initialize. So, jetzt können wir sagen Add Image. Können dann hier die ISO-Datei auswählen. Das klingt gut. Gehen auf Map und auf Mount Selected. Und rein theoretisch, wenn er jetzt nicht abstürzt, ja, sieht gut aus, dann müsste er jetzt, ja, Target Virtual CD Drive ist jetzt gemountet. Das heißt also, im CD-Laufwerk, denkt der Server, läge jetzt eine CD, wo dieses Image drauf gebrannt wurde. Das können wir dann jetzt auch direkt mal testen. Und ich schätze mal, jetzt geht hier alles kaputt, weil ich mal einfach neu starte. Erst mal schauen. Gibt es hier noch Stats? Jo, gibt es noch Stats. Dann kann ich auch ein bisschen den Blick halten, was wir haben. Wir haben jetzt hier 15 Frames, 10 Frames. Das ist relativ dynamisch. Also das kommt immer darauf an, was gerade auf dem Bildschirm ist. Der komprimiert das halt sehr stark. Ich finde es gerade etwas bedenklich, dass auf der Konsole jeder Tastendruck, den ich hier drin mache, aufgezeichnet wird. Also Keylogger inklusive. Whatever. Wir machen einen Reboot. Das hier ist also jetzt wirklich der Monitor vom Server. Da ist nichts mehr dazwischen. Das heißt, ich kann auch sehen, wenn da das BIOS irgendwie, ja, irgendwelche Meldungen bringt, was halt extrem praktisch ist. Shutting Down Domains, das könnte jetzt spaßig werden. Da sind eine Menge VMs drauf. Die hätte ich vielleicht vorher stoppen sollen. Ja, und wenn es mal wieder länger dauert, wir haben natürlich auch Tools Power und können hier einfach ein Hardware Reboot mitmachen. Er hängt jetzt gerade, weil irgendeine Platte belegt ist. Und ja, das war jetzt quasi der Reset-Button direkt. Okay, jetzt gehen wir hier hin, drücken F12 für Select Boot Device. Das kann auch sein, dass wir das hier drüber machen müssen. F1, nein. Halt, halt F12. Ich hoffe, er hat es, ja doch, er hat es mitgeholt. Teilweise gehen die Tasten nicht direkt durch. Kann aber auch jetzt sein, dass es durchgegangen ist. Whatever. Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen. CD, DVD. Doch, jetzt geht's. Okay, da hat er gerade eine andere Software blockiert. Ich sage jetzt, er soll von CD booten. Und ihr erinnert euch, er hat ja die virtuelle CD eingelegt. Das heißt, jetzt sollte, jo, Tool Center Kernel EFI Boot. Jetzt startet diese Update-CD. Und ihr seht schon, Loading Linux, das ist nichts anderes als eine Linux Live-CD. Wird sogar noch besser gleich. Aber lassen wir erst mal den Kernel hochkommen. So, jetzt startet die grafische Oberfläche und achtet mal darauf, was jetzt kommt. Wir sehen unten, das dürfte so Open Box, Fluxbox sein und Mozilla Firefox im Vollbild. Jo, das ist die grafische Oberfläche, die es gibt. Einfach an Firefox, sogar mit der wunderbaren Einblendung hier. Ja, das ist Open Source. Möchtest du nicht mal im Internet gucken, was das ist. Na, wie auch immer, wir gehen hier auf Updates. Klicken, klick hier To Start Update. Ihr seht, der 3650 M2 ist mit dabei. Also, den sollte ich mit updaten können. Jetzt geht's los, Comparing Updates. Das heißt, er guckt jetzt nach, welche Versionen sind auf dem Server denn installiert und welche kenne ich. Was muss also upgedatet werden? Das kann wieder einen kleinen Moment dauern. Mit etwas Glück gibt es sogar die, wie heißt es, die neue IMM-Software, womit ihr die Fernsteuerung dann noch besser machen könnt. In den ganz neuen Versionen von dieser Fernsteuerung, da gibt es nicht nur hier diesen Java-Client und einen ActiveX-Client, sondern es gibt sogar einen HTML5-Client. Wow, modern, modern. Ob der jetzt natürlich für hier den M2er noch portiert wurde, steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber bei den neueren Servern, ich glaube M4, M5 oder wo wir jetzt dran sind, da gibt es den auf jeden Fall schon. Wir können auch sehen, wenn wir hier das CD-Laufwerk rüberziehen. Also, er hat jetzt hier schon 362 MB übertragen und ab und zu geht es dann auch nochmal hoch. Also, er ist immer wieder von der CD am Nachladen, natürlich übers Netzwerk. Und da kommt die Liste. Stoppen wir das mal hier. Normalerweise würde er jetzt automatisch updaten. Hier können wir jetzt gucken, welche Version haben wir. Wir haben zum Beispiel das UEFI Version 1.19, aktuell ist 1.20. DSA, das ist dieser Dynamic System Analysis, die Diagnose-System, was da mit dabei ist, von 9.21 auf 9.53. Ansonsten sieht das relativ dünn aus. Ah doch, hier unten eine neue Version vom IMM, vom Management-Modul, von 1.33 auf 1.51. Das ging dann doch noch ein paar Versionen hoch. Ansonsten, wenn wir hier gucken, es gibt halt für Raid-Controller, für Netzwerk-Karten, für Festplatten, halt alles, was so mit dem Server ursprünglich ausgeliefert wurde, wird damit angezeigt. Haben wir aber alles nicht. Wir haben diese drei Updates, die IMM, die DSA und das UEFI, also das BIOS. Klicken jetzt einfach auf Next und jetzt ist er am updaten. Kommt dann gleich noch eine schöne Liste, was er alles macht. Wird nach und nach abgehakt und dann haben wir eine aktuelle Firmware. Und das ohne den Hintern bis zum Server zu bewegen. Es wird jetzt hier gleich zu einem Verbindungsabbruch kommen. Die IMM wird ja auch upgedatet und darüber gucken wir da. Meistens dauert es dann so, keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten, dann ist die Verbindung wieder möglich. Das ist dann halt so ein bisschen bangen. Normalerweise, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob hier die Kisten das haben, aber die meisten von diesen Servern haben zwei Flashbanks, zwei Firmwarebanks. Das heißt also, wenn die Firmware, die ihr jetzt aktualisiert, den Self-Test nicht erfüllt, das heißt also, wenn da irgendwelche Fehler erkannt werden beim Start, dann wird automatisch auf die alte Version zurückgeschaltet, sodass ihr da auch noch weiter die Kontrolle behaltet, beziehungsweise den Server booten könnt. Die Dinger sind halt dafür gedacht, dass die durchlaufen möglichst hohe Verfügbarkeit erreichen und entsprechend sind da Dinge schon mal doppelt. So, wenn wir jetzt hier bei Update mal gerade gucken, lehrt er was? Nö. Na gut, lassen wir ihn mal einfach laufen und in Ruhe. Ja, und hier seht ihr jetzt auch das, was ich meinte. Jetzt haben wir eine schöne Liste, können sehen, welche Updates alle installiert werden. Jetzt ist er gerade beim UEFI Flash dran, running und die beiden stehen noch aus und die werden dann nach und nach abgehakt, wenn er damit durch ist. Ja, und jetzt sehen wir auch das, was ich vermutet habe, the viewer has terminated, network connection has been dropped, also jetzt hat er die IMM gerade fertig aktualisiert und startet die gerade neu. Gut, ich warte jetzt einfach mal ein paar Minuten, dann sollte ich eigentlich wieder drankommen können und jo, dann ist das Ding auf dem aktuellsten Stand. Also, ihr habt jetzt gesehen, wie mir hier mit diesem Bootable Media Creator die Firmware von so einem Server auf den aktuellen Stand bringen kann. Ist natürlich eine Sache, die man tun sollte. Ich meine, auch mit der aktuellen Firmware würde ich jetzt zum Beispiel die IMM nicht ins Internet hängen wollen, aber hey, Sicherheitslücken gibt es halt überall. Ihr habt gerade das mitbekommen von den Intel AMT und sowas. Und ja, deswegen sollte man auch durchaus bei BIOS oder ähnlichem ab und zu mal Firmware-Updates machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.